Hey, hallo, heute gibt es einen kurzen Tipp und zwar ja, mit Sonnenbrille. Sonnenbrille sieht nicht nur im Gesicht cool aus, sondern auch auf dem Foto. Na, jetzt nicht das Fotomotiv, vielleicht auch doch, sondern diese Brille habe ich mir eigentlich gekauft. Die hat orange Gläser drinnen und zusätzlich ist sie polarisiert und ja, was die macht, das sieht dann so aus. Also du kannst zum Beispiel den Himmel oder die Brille drehst, so, nein, dann nimmst du die natürlich runter, hältst dir vor die Linse hin, kannst sie drehen, hast dir diverse Effekte. Die polarisierten Gläser nehmen auch noch zum Beispiel Spiegelungen in Wasseroberflächen und Lacken weg. Das sieht dann so aus. Naja, und zusätzlich, wenn du ein buntes Glas hast drinnen, so wie hier, orange, hast du auch noch einen coolen Farblog drauf. Also ganz einfach, wenn du sowieso mit Sonnenbrille unterwegs bist, verwende die Sonnenbrille auch zu fotografieren. Okay, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.